Ein wunderschönen guten Tag. Dieses Video ist für dich bestimmt, wenn du ein Mensch bist, der auf der Suche ist nach Gott, der sich fragt, wo finde ich eigentlich Halt und Sicherheit, besonders in Corona-Zeiten. Mein Name ist Hilmar Schulze. Ich bin in erster Linie mal ein ganz normaler Mensch und dann bin ich vor allem auch ein Nachfolger von Jesus und ich bin auch einer von drei Pastoren in der Freien Evangelischen Gemeinde hier in Worms. Entscheidend ist, ich folge dem für mich gekreuzigten und für mich auferstandenen Jesus nach. Darin besteht eigentlich mein ganzer Lebensinhalt. Und das mache ich seit 50 Jahren regelmäßig, jeden Tag ist Gott in meinem Leben präsent. Und ich möchte dir die Frage beantworten, was das mit mir macht, wenn wir in diesen Corona-Zeiten leben. Die machen mir ja auch keinen Spaß, die vermutlich auch nicht. Corona macht irgendwie Debrie und engt uns ein und schränkt auch unsere Freiheiten ein. Aber Corona entscheidet nicht in meinem Leben, bestimmt nicht mein Leben. Corona hat nicht das Sagen in meinem Leben und es macht mir auch keine Angst. Corona hat sich weltweit verbreitet und wird uns wohl noch lange beschäftigen, keine Frage. Aber ich habe schon vor vielen Jahren meinen Halt in Jesus gefunden. Jesus ist mein Halt außerhalb meiner Existenz. Da mag noch so sehr alles chaotisch sein um mich herum. Ich bin festgeknüpft an Jesus. Und das ist etwas Wunderbares. Das macht mich glücklich. Das macht mich froh. Und wir fragen uns einmal, wer ist eigentlich dieser Jesus Christus? Wer ist dieser Jesus, dass ich mein Leben an ihm festknüpfen kann? Die Bibel sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist sein Gesandter, der von Gott versprochene Retter, der die Menschen wieder zurückführen soll in die Gemeinschaft mit Gott. Kannst du nachlesen im Matthäusevangelium, Kapitel 16, Vers 16. Sein Vater hat ihn gesandt und er ist auf diese Erde gekommen, weil er dich und mich von ganzem Herzen liebt. Das ist eine unglaublich beglückende Erfahrung. Jesus war ein Mensch ohne jede Sünde und er lebte in vollkommener Harmonie mit seinem Vater im Himmel, mit Gott. Und Jesus war ein Mensch vollgepackt bis zum Rand mit Liebe. Liebe zu den Menschen, zu den Kaputten, zu den ausgebrannten. Menschen, die ihren Körper verkaufen, Prostituierte. Er konnte sie lieben. Er liebte sogar den Judas, der ihn nach drei Jahren Lehrtätigkeit auf dieser Erde ganz fies verraten hat. Und er liebte einen Kleinkriminellen, einen Finanzbeamten, der sich bereichert hat am Geld anderer Menschen. Und er sieht in diesem Kleinkriminellen die Sehnsucht nach mehr, nach Halt, nach Geborgenheit, nach Annahme. Und als ich begriffen habe, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist, da wurde mein Leben auf den Kopf gestellt. Und ich rede seitdem jeden Tag mit ihm. Das ist etwas Wunderbares. Immer wenn ich möchte. Und Jesus redet auch mit mir, immer wenn er möchte. Also das ist auch ein Austausch, eine Kommunikation. Und Jesus zeigt uns den einzigen Weg auf, wie wir Gott wirklich persönlich kennenlernen können. Dieser Weg ist keine Kirche und keine Religion. Dieser Weg ist eine Person. Jesus. Jesus hat gesagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Können wir im Evangelium des Johannes nachlesen. Es gibt viele Wege, um irgendeinen Gott zu opfern, ihm nachzufolgen. Aber es gibt nur einen Weg, um zu Gott, unserem Vater im Himmel zu kommen. Und dieser Weg heißt Jesus. Und du musst wissen, es gibt auch keinen Plan B. Da gibt es eine super klare Aussage im Buch der Apostelgeschichte im Neuen Testament, Kapitel 4, Vers 12. Da kann man nachlesen, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Es geht also nicht um die Frage, glaube ich an irgendetwas? Es geht um die Frage, wer rettet mich? Wer bringt mich wieder zurück in die lebendige Beziehung zu unserem Gott im Himmel, zu unserem Vater im Himmel? Wenn uns nur Jesus retten kann, dann ist die Frage nach Jesus eine echte Überlebensfrage. Also frage dich einmal, glaubst du an Jesus als den Mensch gewordenen Sohn Gottes, der vom Vater gesandt wurde auf diese Erde aus dem einzigen Grund, um für dich am Kreuz zu sterben, damit du deine Schuld vergeben bekommst und damit du wieder in Kontakt mit Gott treten kannst. Jesus hat am Kreuz vor 2000 Jahren deinen ganzen Seelenmüll entsorgt und er hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Deine Schuld ist gebüßt. Und alles, was du tun kannst, ist das anzunehmen als ein Geschenk. Herr, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und darum möchte ich dich einladen, jetzt in diesem Moment wohlgemerkt, überlass dein Leben nicht dem Zufall, sondern vertraue dich Jesus an. Jesus ist kein anonymes Schicksal. Er ist real. Er möchte mit dir in Kontakt treten. Wie kommst du in eine lebendige Beziehung zu Jesus? Beginne jetzt ihm zu vertrauen. Sprich mit ihm. So fängt eine Beziehung an. Lade ihn ein in dein Herz. Lade ihn ein in dein Leben. Und das kannst du mit folgenden Worten tun. Du siehst diese Worte hier eingeblendet. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Amen. Ich lade dich ein, dieses Gebet zu sprechen. Und wenn du das getan hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein E-Mail schreiben würdest. Es ist ebenfalls eingeblendet, meine E-Mail-Adresse und mir sagst, ja, ich habe dieses Gebet gesprochen. Ich möchte gerne begleitet werden. Ich brauche weitere Informationen über den Glauben und ich werde mit dir Kontakt aufnehmen. Herzlich willkommen. Alles Gute. Tschüss.